Thema dieses Films ist die industrielle Fertigung in der digitalen Gesellschaft. Die Nutzung digitaler Technologien hat unsere Gesellschaft beinahe vollständig durchdrungen. Von der allgegenwärtigen Verfügbarkeit von Kommunikationsmitteln bis zur Herstellung unterschiedlichster Waren und Güter. Im Bereich der industriellen Fertigung wird dafür gerne der Begriff Industrie 4.0 verwendet oder von der vierten industriellen Revolution gesprochen. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.